Hallo Freunde, da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Dragon Ball Xenoverse und ich habe immer noch keine Ahnung was das hier zu bedeuten hat. Egal, weiter gehts. Ja, es hat sich nicht viel geändert. Juhu, ein neues Geschenk, ein neues Geschenk für uns. Juhu. Es hat sich nicht viel geändert was das Aussehen betrifft, aber es hat sich was geändert was das Level betrifft und zwar sind wir jetzt auf Level 58. Ich habe ja gesagt, je höher die Parallel-Quests kommen mit der Anzahl, desto mehr Punkte geben die. Aber was am allermeisten Punkte bis jetzt gab, war das Kämpfen in der Story. Und zwar habe ich immer wieder diesen Weltall-Kampf mit Builds gegen den Migra gemacht. Ich habe jedes Mal so um die 16.000 Punkte gegeben und ja, jetzt sind wir so weit. Jetzt sind wir nach da hoch mit diesem Level gekommen. Etwas möchte ich noch ganz kurz ändern. Und zwar das hier. Der Rest. Ah ja, volle Kraftattacke haben wir noch gehalten. Auch so ein Aufladungs-, in Anführungs- und Schlusszeichen-Angriff. Wo aber viel schneller ist als die Aufladung selber. Gut. Und außerdem haben wir einen neuen Trainer, ich hatte es nicht mehr ausgehalten mit dem Satan und sobald ich gesehen habe, dass die zwei da sind, habe ich sie angesprochen. Ich bin stark, weil mein Vater Mr. Satan als Vorbild hatte. Das sagte Videl. Das erste Ziel war, die Seite hinzuschlagen. Ich trainierte bei Piccolo. Setz dir ein Ziel, das ändert deine Ausrichtung beim Training. Und genauso ist das auch beim wahren Leben. immer wieder Ziele setzen. Damit man daran wächst. Egal ob man gewinnt oder verliert. Ob man es schafft oder nicht. Ja, hier haben wir halt eben das hier auch. Sind wir bis Level 5 gekommen. Und ich muss schon sagen, das ist ganz schön anstrengend. Puh, ehrlich Leute. Je mehr Sterne kommen, das anstrengende Wirt ist. Wenn ihr sehen wollt, ich habe ja jetzt in den letzten paar Sessions die Parallel Quests vernachlässigt. Wenn ihr sehen wollt, wie wir, also wie ich, wieder ein paar Parallel Quests einlege, einfach in die Kommentare schreiben, dann läuft das. Und bevor wir hier noch weiter in der Story voranschreiten, haben wir noch ein Hühnchen zu röpfen mit ein paar Saiyajins im Sonderangebot. Ich denke, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen, oder vielleicht sogar genug stark, um... Joach, sie zu besiegen. Sogutten. Sogutten. Ja. Los geht's. Wenn ich die ersten zwei Besiege dann... Hätte ich es eigentlich schon fast geschafft. Also fast. Habe ich das Schlimmste schon hinter mir. Und ich glaube... Nein, das Fenster ist zu. Gut. Super Saiyajins Verkauf. Sonderangebot. Los geht's. Hey! Nicht der lieben Flammen! Hey! Nicht der lieben Flammen! Okay! So, wir haben jetzt fertig geredet. Jetzt sind wir... Wow! Nein! Oder doch! Du verlierst halt sonst. Wenn nicht, dann verliere ich und das wäre schlecht. Und ihr seht, wir haben schon viel weniger Mühe... Gegen die... Waaah! Hoffentlich trifft der. Mist. Gut. Aber der hier trifft bestimmt. Manu! Wie viel Ausdauer haben die kleinen denn? Abhauen und aufladen. Abhauen, aufhauen, aufhauen! Aufladen! Huh! Das war knapp! Nein! Nein! Wow! 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 Kraft kapsel! Juhu! Nein! Nein! Nicht Bombs away! Hat er jetzt verdichtbar der Kameha gesagt? Ah! Mann! Oh! Oh! Noch einen, bevor ich mich zurück verwandle. Komm schon Ausdauer, enttäuscht mich nicht! Aber jawolo! Nee! Zum guten ist noch kein Super Saiyajin! Nein! Diese blöde Abwehrattacke! Hier! Ohne Super Saiyajin! Reicht für dich! Ja komm schon! Ich konzentriere mich gerade ein bisschen! Aber ich weiß nicht, ob er sie hat geplagen! Weil... Wow! Mann! Weil ich möchte es nicht nur eigentlich schaffen! Und noch ein Final Flash! Und... Guuuut! Hat er ausgereicht! Das klingt auch noch gut aus! Haben wir noch... Ja, wir haben noch eine... Lebensregenerierende Kapsel! Und ab dafür! Ja. Was ist das ein bisschen Super Saiyan Bargain Sale? Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Mein Geist! Nein! Mein Geist! Nein! Nein! Oh, was ist das? Was ist das? Es ist das, was ich erwartet! Nein! 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 Das ist das! Das ist das hier? Nein! Nein! Das war sowas von knapp! Das war sowas von knapp! Nein! Mist, ich hab mich zurückverraubt. Blöd, blöd, ganz schön blöd. Das wird, das wird heftig, das wird heftig, das wird heftig. Gut, Trunks kann man nichts, weil er schießt nur nach oben. Das wird verrückt! Was der? Jetzt erstmal zurückhalten mit Verwandeln. Nein! Nein! Sehr schön, sehr schön. Nein, 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 nein! Oho, das war knapp, das war sowas von knapp. Hab ich? Ja, ich hab drei Striche. Nein! Und es. Und es. Und es. Ah! Wir schaffen es ja noch. Irgendwann packen wir es. Die Frage ist jetzt, sind wir stark genug für Builds? Da hinten ist Cell. Ja, der kann noch ein bisschen so stehen bleiben. Ja, der kann noch ein bisschen so stehen bleiben. Sind wir stark genug für Builds? Das ist die Frage. Und wisst ihr was? Wir gehen und werden uns diese Frage beantworten, liebe Freunde. Ja, ja. Noch mal so ein ganz kleines kurzes Fazit. Ich fände immer nach Fragen, wo Xenoverse ist. Hammer rausgekommen. Sikak, hast du was für mich, Sikak? Du hast doch meistens was für mich. Ja. Ne, hat er nicht. Ich muss wirklich schon sagen, die haben was richtig tolles zusammen kreiert da. Vor allem der Aspekt, dass jetzt. Die Geschichte nicht nach, äh. Nach der Original Story geht. Sondern. Ja, er stimmt mir zu. Sondern es hat jetzt sozusagen seine eigene Geschichte entwickelt. Builds und Wizz. Sind bei uns? Die, 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 die. Die, äh, eben. Die soll, ja wie soll ich sagen. Das ist nicht die originale Story, sondern es hat sich selber eine entwickelt. Punkt. Schluss. Fertig. Ja. Los. Weiter. Und das ist halt eben das, was mich so richtig beeindruckt. Leider haben die sich ganz schön Zeit damit gelassen. Aber. Ja. Die konnten das denn auch endlich mal. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Oh. Es passt auch mal was? Gut. Mist. Was ist los? Abhauen! Abhauen! Nein! Gut. Und jetzt zum Angriff! Und noch eine schöne Periode gedreht. Wir packen das schon noch. Wir müssen, sonst kommen wir nicht mehr weiter in der Geschichte. Das wäre blöd. Blöd! Blöd! Das wäre blöd! Blöd, 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 blöd! Lise ist meine Anführung. Aber auch meine Lehrer. Wie weit kann man es kommen? Während du mit Bogen? Okay, hier geht's. Ich kann es nicht verlieren. Selbst wenn meine Gegner ist die Gott der Destruktion. Aber wie stöchig die Situation ist. Es ist noch nicht hohe. Wir können nicht aufzunehmen. Du führst mit allen anderen. Das ist was du mir. Mann! Weg hier! Cross! Verschwinde! Toll! Und ich habe keine Ausdauer! Wow! Wohohoho! Hu! Tintal! Aber. Was ist das? Es ist eine Überraschung, wie gut du bist gegen uns. Ich bin jetzt ganz alleine gegen die. Ich muss es nur noch schaffen, Wies zu besiegen. Aufladen, 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 aufladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weg hier. Lass mich in Ruhe mit dieser Attacke. Ja. Ja. Nochmal, 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 nochmal. Aufwist, aufwist, aufwist. Mist, die Ausdauer hat nicht mehr ausgereicht. Weg hier. Wie viel Energie hat der Typ? Wie viel Energie hat der Typ? Oh, Mann. Nein, 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 nein. Alle guten Dinge sind frei. Ist ja gut zum Gohan. Ist ja gut. Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden. Ja, du Heususe, wo du klein warst. Jetzt wirst du mir Ratschläge erteilen. Pass mal auf, du. Nichtsdestotrotz, wir müssen es trotzdem wieder versuchen. Mano! Mehr Leute! Das ist was du mir taught. Einen Fresse. Aber immerhin ich hab jetzt den Super Saiyajan. Bitte trifft doch. Der mit seiner Teleportationsfähigkeit. Verdammt man auf. Und er dreht sich nicht um. Mist. Mist, 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 Mist. Der Gott der Zerstörung habe mich im Visier. Beide haben mich im Visier. Ah, das ist ja der Super Saiyan für einen Nud! Mann, oh! Nein, Mano! Nein, das wollte ich nicht! Hallo? Lass mir doch bitte mal Zeit zum Atmen! Okay, weg hier. Ich überlege gerade, ob ich mich töten lassen soll und die Attacken ändere. Die Frage hat sich erledigt. Für das, was jetzt kommt, entschuldige ich mich schon mal im Voraus.